Lutz Schweigl, endgültiger Ausstieg für Joe bei Berlin, Tag Nacht? Lutz Schweigl gehört bei Berlin, Tag Nacht zu den absoluten Urgesteinen. Doch steigt der beliebte Darsteller aus der Serie aus? Joe, Lutz Schweigl, musste bei Berlin, Tag Nacht zuletzt viel durchmachen. Denn seit der Feuerkatastrophe in der WG hat sich sein Leben komplett verändert. Er hat nicht nur Peggy, Katrin Haarmann, verloren, sondern auch das Loft. Seitdem schwirrt er Rache auf Deo, Randy Fram, welcher für den Brand verantwortlich ist. Joe will Berlin verlassen. Joe hätte in der letzten Nacht beinahe mit Paula, Laura, Mark, geschlafen. Doch im letzten Moment hat er einen Rückzieher gemacht. Zu groß sind seine Schuldgefühle gegenüber Peggy. Als er später den Kaufvertrag über die neue WG unterzeichnet, wird ihm klar, wie sehr seine Vergangenheit ihn daran hindert, sich auf einen Neustart zu konzentrieren und ein neues Leben zu beginnen. Er trifft deshalb eine schwere Entscheidung. Er wird sich auf die Suche nach Peggy machen, egal, wie lange diese auch dauern wird. Nach einer emotionalen Verabschiedung von seinen Freunden und Paula fährt Joe in eine ungewisse Zukunft. Paula bleibt traurig zurück, ohne zu wissen, ob sie Joe jemals wiedersehen wird. Lutz Schweigl spricht über Ausstieg. Steigt Lutz Schweigl etwa bei Berlin Tag-Nacht aus? Man hat da schon mal drüber nachgedacht, wenn man andere Projekte denkt. Doch Berlin Tag-Nacht ist mein Baby und deshalb bleibe ich dabei. Erklärte der Darsteller vor einigen Monaten in einem Interview mit dem Magazin Kuxi. So war der Stand vor einigen Monaten, aber in der Zeit kann sich auch viel verändert haben. Ist Joe nur vorübergehend bei BTR nicht mehr zu sehen? Oder steigt Lutz Schweigl für immer aus der Serie aus? Sollte er der beliebten Daily tatsächlich den Rücken kehren, wäre das für die Fans ein krasser Schock. Denn die Zuschauer können sich die Serie ohne Lutz Schweigl kaum vorstellen, wie es weitergeht. Zeigt RTL 2 bald um 19 Uhr bei Berlin Tag-Nacht. Abonniert